Riecht man. Ah, Sellerie. Und was gibt es? Erfahrt ihr später, um was es gibt. Der Bommes oder Bommes? Gibt Bommes? Bommes. Gibt es noch allerfeinstes, selbstgemachtes Salz von der Christina Zönder. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Gibt es noch drüber. Und dann geht es ab im Backofen. Hier. Und da sind sie, die Pommes. Und jetzt gibt es gleich noch ein lecker Steak dazu. Und lecker Pommes. Steak und Pommes. Und diese Pommes haben auf 100 Gramm 75 Kalorien, Freunde. 75 normale Pommes, je nach Fettzustand mindestens 2,80 die Pommes.